Hallihallo und willkommen zurück mal wieder zu einer weiteren Bitcoin-Folge. Heute geht es um die Simplified Payment Verification Clients, wieder mal natürlich, und zwar um die Anonymität von den armen Leuten. Denn die haben folgendes Problem, haben wir letztes Mal schon geklärt, wenn die wissen wollen, wie viel Guthaben sie haben, dann müssen sie ja rausfinden, was genau jetzt auf der Blockchain steht über ihre Adresse. So, wenn sie aber jetzt hergehen und einfach bei dem Fullnode nachfragen, hey, Adresse ABCDEAD oder sowas, 1337 noch, dann haben sie natürlich das Problem, dass der Fullnode Client genau weiß, welche Adresse sie haben. Schlimmer noch, wenn sie jetzt sagen wir mal 100 Adressen haben, damit sie möglichst anonym sind, also 100 Bitcoin-Adressen, damit sie für jede Zahlung eine andere Bitcoin-Adresse benutzen können, und hier jetzt einfach alle Adressen auf einmal abfragen, dann haben die natürlich das Problem, dass der Fullnode Client weiß sofort, welche Adressen irgendwie zusammenhängen. Und das kann natürlich ein riesiges Problem sein. Und deswegen wurden vor kurzem, also ist noch nicht so lange her, wurden Bloomfilter eingefügt und diese Bloomfilter, die verschleiern sozusagen, was ihr haben wollt. Und stellt euch am besten dazu einfach mal vor, ihr seid irgendwie an einem ganz bestimmten Thema interessiert und seid aber komplett ratlos, wisst aber ein paar Kleinigkeiten. Und ja, die einfache Methode wäre jetzt nach diesem Thema zu fragen, aber nehmen wir jetzt einfach mal an, das ist ein relativ kritisches Thema und jemand möchte da vielleicht anonym bleiben. Dann habt ihr das Problem, dass ihr nicht direkt nach diesem Thema fragen könnt. Was ihr dann macht, ist, ihr fragt so ein bisschen ins Blaue rein, einfach irgendwelche Fragen. Und manche davon bringen euch vielleicht was für euer Thema, manche bringen euch nicht so viel. So, und das ist im Prinzip auch das Prinzip von Bloomfiltern. Und ja, deswegen, wir haben jetzt hier einfach mal, also ich habe jetzt hier einfach erstmal 16 Bit. Die stellen sozusagen später da, was für Daten abgefragt werden sollen. Und ja, wir gucken uns gleich an, wie das Ganze funktioniert. Normalerweise sind natürlich deutlich mehr als irgendwie 16 Bit verwendet und auch deutlich mehr als 3 Hash-Funktionen. Normalerweise halt 16 Hash-Funktionen irgendwie, keine Ahnung, 1024, 2048, 40 Bit, meistens sogar noch ein bisschen mehr. Und ja, deswegen habe ich jetzt hier einfach mal so ein kleines Beispiel für euch. Und zwar diese Hash-Funktionen, die spucken alle zwangsläufig irgendeinen Wert zwischen 0 und 15 jeweils ein, schließlich aus 16. Das ist nicht mehr erlaubt, weil 16 würde hier schon nicht mehr in mein Array passen. Okay, und was ich dann mache, ist folgendes. Ich habe ein Pattern, das nenne ich jetzt einfach mal X. Was das Pattern genau ist, werden wir uns gleich noch genauer angucken. Das Pattern wird jetzt von jeder dieser 3 Hash-Funktionen oder von jeder dieser 16 Hash-Funktionen wird das Ganze gehashed. So, und was passiert jetzt? Naja, wir kriegen irgendwelche Outputs raus. Dabei passiert allerdings folgendes. Wir wissen, wenn wir die Outputs haben, absolut nicht mehr, was das Pattern war. Das ist eine Eigenschaft von Hash-Funktionen und die ist enorm wichtig in dem Fall, wie immer eigentlich. Wir wissen aber auch gleichzeitig nicht, was dabei wirklich rauskommt, wenn wir das Pattern reinschmeißen, außer wir haben es berechnet. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, dass Hash-Funktion 1 das selber ausspuckt wie Hash-Funktion 3 oder wenn wir das Pattern nur ein einziges Bit verdrehen, ändert sich vielleicht alles oder überhaupt nichts. Das heißt, wir wissen überhaupt nichts, was passiert. Merkt euch das einfach mal kurz, schauen wir uns gleich genauer an. So, was ich jetzt mit meinem Bloom-Filter, das ist das Array ganz unten, also das, was ich abgebildet habe, mache, ist folgendes. Ich nehme den Output meiner ersten Hash-Funktion und setze das entsprechende Bit einfach nur auf 1. Das sind alles nur Bits, die können nur 0 oder 1. Und ja, die erste Hash-Funktion sagt 12, also setze ich mein zwölftes Bit auf 1. Die zweite Hash-Funktion sagt 3. Das heißt, ich setze mein drittes Bit auf 1. Achtung, wir fangen bei 0 an zu zählen, also nicht irgendwie verrückt, mich für verrückt erklären oder sowas. Und die letzte Hash-Funktion, die sagt 8. Das heißt, ich setze das achte Bit auf 1. So, und jetzt habe ich natürlich hier die Macht sozusagen. Nein, was bringt mir das? Naja, ich mache jetzt einfach mit diesem Bloom-Filter, wenn er fertig ist, folgendes. Also, was genau der Sinn dahinter ist, werden wir gleich sehen. Aber ich mache, wenn er fertig ist, dieser Bloom-Filter, eine Filter-Load-Nachricht. Die ist tatsächlich so im Standard drin. Und die schicke ich an meine Peers anstatt eben diese Adresse. Und was die dann machen, das zeige ich euch gleich. Die Patterns sind entweder Public-Key-Hashes, also tatsächlich die Hashes, die nochmal gehashed werden. Oder Pay-to-Script-Hashes, also das quasi, wo ich hin überweisen möchte, beziehungsweise an das Zahlungen überwiesen wurden, damit ich das einsammeln kann. Oder es sind tatsächlich Transaktions-Hashes, das funktioniert auch. So, und jetzt nehmen wir einfach mal an, ich habe alle meine Patterns gehashed. Das heißt, hier in meinem Pattern drin habe ich nicht nur ein einzelnes Pattern gehashed, also nicht nur einen einzigen Public-Key, sondern ich habe halt von mir aus 50 Public-Key-Hashes, weil ich halt, oder 50 Public-Key-Hashes, 50 Bitcoin-Adressen im Endeffekt gehashed. Und dann habe ich noch 50 Transaktionen, die ich vielleicht interessant finde und vielleicht auch noch 30 Pay-to-Script-Hashes oder sowas. Also, haufenweise Zeug. Und dann passiert natürlich Folgendes. Hier kann öfters mal dasselbe rauskommen. Das bedeutet aber auch, dass wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, in der Hash-Funktion 1 eine 3 rauskriege, in der Hash-Funktion 2 eine 8, und in der Hash-Funktion 3 kriege ich auch eine 8 raus, dann ist hier schon alles auf 1. Das heißt, es fällt überhaupt nicht auf, dass ich dieses neue Pattern hinzugefügt habe, denn es würde hier von dem Bloom-Filter eh akzeptiert werden. Denn was jetzt bei unserem Gegenüber passiert, an dem wir diesen Bloom-Filter schicken, ist Folgendes. Der nimmt einfach bei jeder Transaktion, die er findet, steckt er hier oben die möglichen Pattern rein, sprich, die Empfängeradressen steckt er hier rein und den Transaktions-Hash steckt er hier rein und schaut, ob hier unten alles so ist, dass er es auch wirklich schicken muss. Und wenn er es schicken soll, laut diesem Bloom-Filter, wie das genau funktioniert, gleich, wenn er das schicken soll, dann tut er das natürlich auch und ansonsten lässt das eben bleiben. Aber er kann zum Beispiel nicht sagen, dass jetzt hier nicht vielleicht vorher schon ein Pattern war, das eben 1288 war, aber ein völlig anderer Public-Key-Hash war. Und das bedeutet natürlich, er weiß vielleicht, er weiß nicht sicher, ob dieses Pattern auch wirklich angefragt wurde. Er kann nur vielleicht sagen. Sieht folgendermaßen aus. Bei diesem Pattern hier, also jetzt hier einfach mal ein paar Einsen mehr drin, wenn der Fullnode jetzt dieses Pattern sieht, dann kann er nur sagen, okay, vielleicht möchte mein Client, also vielleicht möchte mein SPV-Client dieses Pattern haben, also diese Transaktion. Vielleicht ist er daran interessiert, vielleicht aber auch überhaupt nicht. Denn ich habe hier unten zwar jetzt jeden Output auf 1, aber es könnte natürlich auch einfach von einem anderen Hashwert sein, dass diese Outputs hier unten auf 1 sind. Aber was er definitiv sagen kann ist, wenn ein Output hier auf 0 steht, dann ist dieses Pattern auf jeden Fall nicht relevant. Das heißt, das braucht er gar nicht schicken, das kann er sich sparen. Und das ist wirklich super effizient eigentlich. Also klar, es ist ein deutlich längerer Bloom-Filter im Normalfall im Einsatz, aber man macht es tatsächlich so und das funktioniert auch echt gut, denn man kann so nicht sagen, das war auch wirklich jetzt die Adresse von unserem Client, sondern man kann nur sagen, das war vielleicht die Adresse von unserem Client. Unser Client weiß das natürlich, also unser SPV-Client. Und der kann dann einfach sagen, nö, daran war ich nicht interessiert, schmeiße ich weg. Ja, und mit dieser Antwortnachricht sozusagen, bekomme ich dann immer die vollen Transaktionen zurück und kann dann eben mein Guthaben berechnen. Und das ist eigentlich ziemlich cool. So, jetzt haben wir aber immer noch nicht alles abgeklärt. Jetzt wissen wir zum Beispiel immer noch nicht, was eigentlich Merkle-Trees sind. Und deswegen geht es um dieses Thema genau im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao! Ciao!